Hallo liebe Chili-Freunde, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2021 und hoffe, ihr seid alle gut und sicher reingerutscht. Ja, zum Auftakt dieses Videos ein kleines Novum. Zum ersten Mal gibt es mich jetzt auch vor der Kamera, statt immer nur dahinter. Ich habe mir gedacht, fürs neue Jahr wäre es vielleicht ganz schön, wenn ihr auch mal ein Gesicht zu diesem Kanal habt. Insofern heute mal auf dieser Seite der Linse. Ich wollte außerdem die Gelegenheit nutzen, mit euch anzustoßen, auch wenn ich noch ein klein wenig verkatert bin. Der Grund ist, der Jahreswechsel markiert auch ziemlich genau ein Jahr Chili-Welten auf YouTube. Für diesen Anlass habe ich mir sogar ein kleines Upgrade gegönnt, ab heute mit neuem Mikrofon. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied hören und es wird auch heute neue Musik geben, dazu später nochmal mehr. Auf jeden Fall wollte ich gerne mit euch anstoßen. Eigentlich hatte ich vor, mir ein Corona-Bier dafür zu besorgen. Leider seit Beginn der Pandemie bei uns in keinem Supermarkt mehr zu bekommen. Stattdessen habe ich meinen Lieblings-Gin-Tonic gemacht. Elixier-Gin mit einem Thomas-Henry-Tonic. Und natürlich, damit es auch ein bisschen was mit Pflanzen zu tun hat, mit meinen eigenen Zitronen garniert. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles erdenklich Gute für das neue Jahr. Eine tolle Anzucht, bleibt gesund und viel Spaß beim heutigen Video. In meinem letzten Video hatte ich euch ja gefragt, ob es euch interessieren würde, dass ich mal zeige, wie ich das zweite Paar Lüfter in meinem Gewächshaus installiere. Viele von euch haben mir auf YouTube und auch auf Facebook geschrieben, dass sie das interessieren würde. Deswegen in diesem Video jetzt einmal im Schnelldurchlauf, wie ich das Ganze umgesetzt habe oder umsetzen werde. Ich erkläre euch mal kurz, was ich vorhabe und anschließend zeige ich euch das Ergebnis. Ja, wir starten mit der Befestigung. Wie ihr seht, habe ich hier oben mit Kabelbindern die Lüfter einfach an das Gehäuse montiert. Relativ simpel. Unten habe ich es mir noch leichter gemacht. Da habe ich nämlich die Kabelbinder einfach durch die Lüfterlöcher geführt und dann hier oben eingesteckt, dass die einfach eingeklemmt sind. Hier sieht man das ganz schön. Das hält einwandfrei, deswegen werde ich das so lassen. Für Strom hat ja bisher mein LCM40 Netzteil von Minwell gesorgt, das, ich glaube, 10 oder 12 Volt auf dem Lüfterausgang ausgibt. Deswegen habe ich die Lüfter vorher in Reihe dran geschaltet, um das zu halbieren. Jetzt habe ich als nächstes ein 6 Volt Netzteil mir ausgesucht. Damit wird das Ganze einfacher, weil dann kann ich die parallel dranhängen. Das leistet 6 Volt bei 300 Milliampere. Und wie man sieht, die Lüfter haben eigentlich einen Bedarf von 12 Volt bei 0,08 Ampere, also 80 Milliampere. Mal 4 würde 320 ergeben. Da ich aber die Spannung halbiere, sollte das so einigermaßen klappen. Ja, ansonsten stellt sich natürlich noch die Frage, wie ich das Ganze anschließe. Man hat ja bei den Lüftern standardmäßig diesen Dreipolanschluss. Einer davon ist Steuerung, zwei sind Plus und Minus. Da werde ich einfach mit dem Klingeldraht in diese Löcher hier gehen. Hier, der Lüfter hat leider ein sehr kurzes Kabel. Da ist mein Plan, dass ich das mit solchen, da ich keinen Lötkolben habe, mit solchen Ader-Endhülsen einfach zusammenkrimpe. Das Kabel und eine Verlängerung. Und dann ein bisschen Isolierband umwickele. Bei 6 Volt wird das kein Problem sein. Ja, ich mache das Ganze hier unten so, dass ich mit dem Netzteil hier in zwei Hebelklemmen gehe. Eine für den Plus und eine für den Minus-Pol und von dort dann jeweils an die vier Lüfter. Aktuell habe ich hier noch so einen Stecker dran. Den schneide ich ab, mache dann eine Ader-Endhülse auf die Kabelenden und dann, wie gesagt, geht das hier in diese Steckerklemmen. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal machen und dann zeige ich euch gleich, wie es geworden ist. So, das Ganze ist jetzt soweit fertig verkabelt. Ich habe mich am Ende gegen den Heißkleber entschieden und stattdessen wieder Kabelbinder verwendet. Ich mag die Dinger einfach. Und habe damit das Ganze jetzt hier runtergeführt. Wie gesagt, habe ich das Ganze so verbunden, dass ich einfach hier an die Stecker, das ist ein Problem für den Fokus, so klappt es, an diese Lüfterstecker einfach die Kabel, die Klingeldrähte eingesteckt habe. Das hält absolut ausreichend. Das Ganze wird ja sowieso nicht groß bewegt. Ja, von da geht das Ganze dann hier unten entlang. Und hier unter dem Häuschen, wo ich eh die ganze Elektrik habe, läuft das zusammen. Ich hatte ein bisschen zu lang die Kabel geschnitten, war aber zu faul, die am Ende nochmal einzukürzen und abzuisolieren. Funktioniert auch so, ist ja nicht im Weg. Auf der anderen Seite habe ich es ganz genauso gemacht. Und man sieht, alles ist verkabelt. Von vorne sieht das auch sehr ordentlich aus. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt mal, was passiert, wenn wir den Stecker einstecken. Und wie wir sehen, alle Lüfter laufen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, muss das Häuschen jetzt wieder zurück an seinen Platz, alle Pflanzen rein und dann schauen wir uns nochmal kurz den aktuellen Stand der Anzucht an. Im Vergleich zu meinem ersten Update hat sich in der Anzucht bisher noch nicht so viel Neues getan. Die wahrscheinlich größte Änderung ist, dass eine der beiden Madame Jeannette jetzt auch in einen größeren Topf umgezogen ist. Und auch in dem Fall ist es die mit dem Root Riot Anzuchtab geworden. Wenn man die beiden nebeneinander sieht, ist glaube ich ziemlich deutlich, dass die die schönere von beiden Pflanzen ist. Entsprechend habe ich mich für sie entschieden. Ganz interessant ist es, wenn man sich die Numex Big Jim anschaut. Die war ja auch im Root Riot und die größere und schönere von beiden Pflanzen. Wenn ich jetzt mal hier die in Steinwoll sitzende daneben halte, sieht man, die ist seit dem Umtopfen der Root Riot Numex Big Jim tatsächlich etwas stärker gewachsen. Das liegt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit daran, dass die in der richtigen Erde jetzt erstmal auf Wurzelwachstum fokussiert, während die hier im Steinwolltab ganz normal weitermacht. Da hat sich ja im Wurzelbereich für sie nichts geändert. Im unteren Bereich können wir mal mit der Hallos Eve, dem Patienten von meinem letzten Video, starten, die ich aus dem Samen rausschneiden musste. Und wie man sieht, die kleine fehlende Blattspitze fällt so gut wie nicht auf. Die macht sich bisher gut und ich denke, die wird sich ganz normal entwickeln. Wer sich ebenfalls sehr schön entwickelt, ist die Fatali hier hinten. Ich denke, die ist eine der nächsten Kandidaten für den Umzug in den größeren Topf. Hat jetzt inzwischen das zweite Blattpaar ausgebildet. Ich denke, ein paar Tage werde ich ihr noch geben und dann mal schauen, wie sich die Wurzeln machen. Dann wird die wahrscheinlich als nächstes umziehen. Ja, ganz interessant ist auch hier vorne die Archie Crystal. Und zwar beide Pflanzen haben das gleiche Problem, dass sich die Blätter nach oben rollen. Die anderen machen das nicht ansatzweise so stark. Die beiden Archie Crystal, wie man sieht, relativ deutlich. Man sieht hier auch gerade, wie kräftig der Wind mit den Lüftern weht. Und ich werde wahrscheinlich hier unten auch noch Arctic Silent Lüfter mir nachbestellen, weil die etwas besser auf 6 Volt laufen. Die hier machen mir auf 6 Volt doch ein bisschen zu viel Wind für die untere Etage. Ja, ansonsten haben wir hier vorne die Trinidad Scorpion Moruga Chocolate, schwieriger Name. Die lag am Anfang noch hinterher, hat jetzt aufgeholt im Steinwolltab. Hier sehen wir nochmal die im Root Riot. Das war die Pflanze, die ursprünglich mal ohne Keimblätter aus dem Samen kam. Die hat sie sich beim Schlüpfen abgerissen, hat sich dafür aber ganz gut entwickelt. Dummerweise eins ihrer Blätter, wie man hier sieht, ist auch ein bisschen verkrüppelt. Mal schauen, also bei den beiden wird es wahrscheinlich die hintere werden, die in dem Steinwolltab. Ja, hier apropos ein bisschen verkrüppelt, haben wir auch eine Reaper. Da ist eins der ersten Blätter ein bisschen verkrüppelt. Die anderen kommen jetzt aber schön nach, insofern alles kein Problem. Apropos Reaper, hier haben wir noch eine, da kommen gerade zwei Samen raus. Den hatte ich noch nachgesät, weil ein Freund von mir eine haben wollte. Und zur Sicherheit habe ich mal drei Samen oder zwei Samen, ich weiß es gar nicht mehr, reingesteckt. Es kommen auf jeden Fall mehrere, da werde ich demnächst einen abschneiden müssen. Hier vorne haben wir noch die Devil's Tongue. In dem Fall wird es wahrscheinlich auch die in Steinwolle werden, die sich durchsetzt. Auch wenn die im Moment noch etwas kleiner ist. Denn, wie man sieht, diese hier hat auf den Blättern einige Nekrosen. Ich vermute, es liegt daran, dass ich die ganze Zeit weiter mit einer leichten Düngerlösung gegossen habe. Und dass das eventuell auf Dauer ein bisschen zu viel war, weil sich in den Tubs die Düngerkonzentration mit jedem Gießen weiter erhöht hat, weil viel Wasser verdunstet ist und nicht durch die Pflanze gegangen ist. Und so kann es sein, dass trotzdem ich mit relativ leichten Düngerwasser gegossen habe, die Pflanzen am Ende ein bisschen hohe Nährstoffkonzentrationen hatten. Deswegen im Moment habe ich jetzt nur mit Regenwasser nachgegossen. Ja, soweit der aktuelle Stand auch in der unteren Etage. Wie gesagt, da hat sich jetzt seit dem letzten Update noch nicht so wahnsinnig viel getan. Man sieht hier jetzt von unten auch nochmal ganz schön, dass der Lüfterumbau relativ unauffällig ist. Von der Verkabelung, wenn man so von vorne drauf guckt, da bin ich sehr zufrieden mit. Ich hoffe, die Pflanzen auch. Ich habe das Ganze übrigens in so eine Steckdose, so eine analoge Zeitschaltuhr gesteckt, die alle Viertelstunde an und aus geht, sodass die nicht mehr im Dauerwind stehen. Ich denke mir, bei den Archicrystal das Problem könnte auch daher kommen, dass ich vorher den Wind konstant durchlaufen ließ. Und die Luft war gleichzeitig relativ trocken hier drin in den letzten Tagen. Das könnte den Unterschied gemacht haben. Ja, ansonsten noch ein kleiner Hinweis bzw. ein kleines Dankeschön an den Nutzer Joe aus dem HotPaint Chili Forum. Der hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass YouTube im Creator Studio kostenlose GEMA-freie Musik anbietet. Ich hoffe, die neue Musik gefällt euch und ist ein bisschen mehr Abwechslung zu den wenigen Liedern, die ich vorher zur Auswahl hatte. Ja, das noch am Rande. Herzlichen Dank für den guten Tipp und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Warte, warte, warte. Wir sind hier noch nicht fertig. Ich muss dem Marco noch was sagen, sonst hört er das ganze nächste Jahr nicht damit auf. Hör mal, Freundchen, wenn du mir noch einmal sagst, dass du in meinen Videos nicht hören kannst, wie ich aus dem Ruhrpott komme, dann kriegst du das nächste Mal ein paar von mir in die Klöten. Weißt du Bescheid. Und allen anderen, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.